Herzlich willkommen zur Welt der Werkstoffe. Mein Name ist Professor Bonnet. In diesem Video werden wir uns zunächst einmal einen Überblick über die verschiedensten Verfahren der Wärmebehandlung verschaffen und dann auch die ersten beiden Glühverfahren näher kennenlernen. Der Werkstoffzustand, in dem Bauteile und Werkzeuge aus Stahl hergestellt und bearbeitet werden, erfüllt nur selten gleichzeitig auch die Anforderungen, die sich aus dem Verwendungszweck ergeben. Es ist daher notwendig, den Werkstoffzustand durch Wärmebehandlung so einzustellen, dass zum Beispiel die Härte, die Festigkeit, die Zähigkeit oder auch der Verschleißwiderstand den unterschiedlichen Bedingungen der jeweiligen Anwendung optimal angepasst sind. Wärmebehandlung heißt nach DIN EN 10052 ein Werkstück ganz oder teilweise Zeit-Temperaturfolgen zu unterwerfen, um eine Änderung seiner Eigenschaften und oder seines Gefüges herbeizuführen. Gegebenenfalls kann während der Behandlung die chemische Zusammensetzung des Werkstoffs aber auch geändert werden. Aus dem Ausgangsgefüge wird durch Umlagern, Einbringen oder Aussondern von Stoffteilchen das neue Gefüge, welches die gewünschten Eigenschaften besitzt. So erfolgt eine Änderung der Struktur durch Umlagerung im Gitter beim Glühen, Anlassen, Härten, Vergüten und Aushärten. Durch Einbringung von Teilchen beim Aufkohlen oder Nitrieren oder durch Aussondern beim Entkohlen, um nur die wichtigsten zu nennen. Eine weitere Einteilung fasst die Verfahren nach deren Unterschieden in Gruppen zusammen. Thermische Verfahren, Thermomechanische Verfahren und Thermochemische Verfahren. Je nach dem Ziel des Wärmebehandelns stehen mehrere unterschiedliche Verfahren zur Auswahl. Bei einigen Verfahren wird der Werkstoffzustand gezielt über den gesamten Querschnitt verändert. Beim Glühen, Härten, Anlassen, Vergüten oder Bionitisieren. Bei anderen Verfahren ist nur eine Veränderung der Randschicht beabsichtigt, wie beim Randschichthärten, Nitrieren oder Nitrokarburieren. Bei manchen Verfahren wird zwar gezielt die Randschicht verändert, jedoch erfolgt auch eine Beeinflussung des Werkstoffzustands im gesamten Querschnitt. Dies trifft zum Beispiel auf das Einsatzhärten oder die Diffusionsbehandlung Chromieren und Borieren zu. In der gezeigten Abbildung erkennen wir, dass die verschiedenen thermischen und thermomechanischen Wärmebehandlungsverfahren in vier Gruppen eingeteilt sind. Im Folgenden werden wir uns die wichtigsten Glühverfahren ansehen. Hierbei wollen wir uns auf das Diffusionsglühen, Normalglühen, Weichglühen, Spannungsarmglühen und Rekristallisationsglühen beschränken. In diesem Video werden wir zunächst die beiden erstgenannten Glühverfahren genauer anschauen. Die Behandlung durch Wärme wird in drei Schritten durchgeführt. Erwärmen, Halten und Abkühlen. TE ist die Erwärmzeit. Hier wird das Werkstück durchgehend auf TH erwärmt. TE besteht aus T an, der Anwärmzeit, in der die Randzone TH erreicht und TD, der Durchwärmzeit, in der die Kernzone TH erreicht. TH ist die Haltezeit. Hier wird das Gefüge homogenisiert. TE ab ist die Abkühlzeit. Die genauen Temperaturlagen für TH und die Haltezeiten klein TH hängen zum einen von dem gewünschten Verfahren ab, aber natürlich auch von dem Kohlenstoffgehalt des Stahls, der einer Wärmebehandlung unterzogen werden soll. Hierzu müssen wir uns noch einmal den für die Wärmebehandlung relevanten Temperaturbereich der Außenitumwandlung im metastabilen Eisen-Kohlenstoff-Diagramm, den wir bereits ausführlich in einem früheren Video besprochen haben, ins Gedächtnis rufen und uns daran erinnern, welche Gefügeumwandlungen beim Unter- bzw. Überschreiten der verschiedenen Phasengrenzen stattfinden. Beim Unterschreiten der GSK-Linie kommt es zur Ausscheidung des kubisch raumzentrierten Ferrit. Umgekehrt bildet sich aus dem Ferrit beim Überschreiten der GSK-Linie Austenit. Beim Unterschreiten der PSK-Linie kommt es schließlich zur Bildung des eutektoiden Gefüges Perlit, bestehend aus Ferrit und Zementit. Beim Überschreiten löst sich der Perlit wieder auf. Beim überperlitischen Stehlen kann auch die Umwandlung an der ES-Linie von Interesse sein. Bei ihrem Unterschreiten kommt es zu Zementitausscheidungen, bevorzugt an den Korngrenzen, und beim Überschreiten spricht man von Zementiteinformung. Je nach Glühverfahren werden unterschiedliche Gefügeumwandlungen bezweckt, so dass sich auch sehr unterschiedliche Temperaturlagen für die einzelnen Verfahren ergeben. Damit die beim Diffusionsglühen notwendigen Diffusionsvorgänge in endlicher Zeit überhaupt stattfinden können, wird dieses Glühverfahren bei höchsten Temperaturen von etwa 1100 Grad Celsius durchgeführt. Beim Normalglühen, auch Normalisieren genannt, ist die Perlit-Auflösung notwendig, so dass hier die Glühtemperaturen etwas oberhalb der GSK-Linie liegen. Beim Weichglühen kommt es auf eine gezielte thermodynamisch bedingte Umformung des Zementits an, die in der Nähe der GSK-Linie stattfindet. Typischerweise bei geringen Kohlenstoffgehalten kurz unter der PSK-Linie und bei Kohlenstoffgehalten größer 0,8 Prozent, schwankend um die PSK-Linie. Das Spannungsarmglühen kann bei deutlich tieferen Temperaturen durchgeführt werden. Und das Rekristallisationsglühen abhängig von der genauen Stahltype und dem Verformungsgrad, bei noch tieferen Temperaturen zwischen 550 und 700 Grad Celsius, also irgendwo hier in diesem Bereich. Das Diffusionsglühen soll Konzentrationsunterschiede der Begleitelemente, also Seigerungen, beseitigen, und zwar besonders von Schwefel, Phosphor, Kohlenstoff und Mangan. Grundsätzlich sind alle Atome bestrebt, sich in der Grundsubstanz Eisen gleichmäßig zu verteilen, wenn die Temperatur und Zeit zur Diffusion ausreichen. Deshalb werden beide so hoch wie möglich eingestellt. Anwendung findet das Verfahren sehr vielseitig, insbesondere jedoch bei Automatenstählen und Stahlguss. Die Temperaturen beim Diffusionsglühen liegen bis knapp unterhalb der Soliduslinie, also bei 1100 bis 1300 Grad Celsius, in Abhängigkeit vom Kohlenstoffgehalt des Stahls. Die Haltezeit beträgt mehrere Stunden bis hin zu 40 Stunden, je nach Wandstärke des Werkstücks. Diese Abbildungen zeigen den enormen positiven Einfluss des Diffusionsglühens auf die mechanischen Eigenschaften am Beispiel eines Warmarbeitsstahls X38CRMOV51, jeweils am Randbereich und im Kern der Probebestimmt. In der linken Grafik erkennen wir, dass die Zugfestigkeit leicht gesteigert wird. Gravierender ist aber der positive Einfluss auf die Zähigkeit des Werkstoffs, hier ausgedrückt durch die Brucheinschnürung, die bis zu über 100 Prozent im Kern des Werkstücks gesteigert wurde. Die Brucheinschnürung Z beschreibt die prozentuale Änderung des Querschnitts nach dem Bruch SU bezogen auf die Ausgangsquerschnittsfläche S0. Dieses Verfahren bringt jedoch auch einige Nachteile mit sich. Es kann eine Kornvergrüberung auftreten, diese könnte jedoch durch ein nachfolgendes Normalglühen wieder beseitigt werden. Es besteht durch die hohen Glühtemperaturen die Gefahr von Verzunderung und Entkohlung und es ist aufgrund der hohen benötigten Energiemengen recht teuer. Das Normalglühen, auch Normalisieren genannt, soll ein feinkörniges und gleichmäßiges Gefüge einstellen, das die besten Festigkeits- und Fähigkeitseigenschaften in sich vereint. Das Normalgefüge. Das ursprüngliche unnormale Gefüge kann insbesondere entstanden sein bei großen Schmiedeteilen, Schweißverbindungen, Blechen, die relativ langsam abgekühlt und deshalb grobkörnig sind und bei Stahlgussteilen. Das Normalisieren wird vorwiegend bei unlegierten Stählen oder Stahlguss eingesetzt, um die bei der Verarbeitung, Gießen- oder Warmumformung unkontrolliert entstehenden Gefüge auf ein Standardlevel zu bringen. Bei langsamer Abkühlung aus dem Gamma-Gebiet geschieht die Gamma-Alpha-Umwandlung normalerweise an den Korngrenzen der Gamma-Kristalle. Wenn nach Abkühlung von erhöhter Temperatur oder langer Haltezeit ein grobes Außenitkorn entstanden ist und eine hohe Abkühlgeschwindigkeit vorliegt, kann die Gamma-Alpha-Umwandlung auch im Inneren der Körner auftreten, sie verläuft dann also anormal. Die dabei entstehende Gefügeausbildung nennt man Wiedmannstädtsches Gefüge oder auch Überhitzungsgefüge. Hier sehen Sie die metallografische Aufnahme eines solchen Wiedmannstädtschen Gefüges im Bereich der Wärmeeinflusszone nach einer Reparaturschweißung. Ein Gefüge in Wiedmannstädtscher Anordnung ist spröder als ein zum Beispiel normal ausgebildetes ferritisch-perlitisches Gefüge oder ein perlitisches Gefüge mit Korngrenzen-Zementät, sodass ein Normalisieren die Zähigkeit deutlich erhöht. Wie wir bereits gesehen haben, werden unter eutektoide Stähle bis 0,8% Kohlenstoff auf eine Temperatur 30 bis 50 Grad oberhalb der PSK-Linie im Eisen-Kohlenstoff-Diagramm erwärmt. Also je nach Kohlenstoffgehalt auf 750 bis 950 Grad Celsius. Für einige Stunden gehalten und danach an der Luft abgekühlt. Das Ergebnis ist ein feinkörniges ferritisch-perlitisches Gefüge. Über eutektoide Stähle mit mehr als 0,8% Kohlenstoff werden nicht etwa auch im Außenmitgebiet geglüht, sondern lediglich knapp oberhalb der PSK-Linie, also bei ca. 750 Grad Celsius. Dadurch formt sich auch der grobe Zementit auf den Korngrenzen um. Moderne Walzstraßen bieten die Möglichkeit, die Walzentemperaturen und die Abkühlung so einzustellen, dass das Normalglühen durch dieses Walzen mit geregelter Temperaturführung ersetzt werden kann. Man spricht dann von normalisierend gewalzten Stählen. Durch das Normalglühen verbessert sich vor allem die für das Spröhrbruchverhalten verantwortliche Kerbschlagarbeit. Auch die Übergangstemperatur TÜ wird zu tieferen Temperaturen hin verschoben. Nachteilig ist, dass dieses Glühverfahren nicht bei umwandlungsfreien, also rein ferritischen oder rein außenitischen Stählen möglich ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Lernvideo wieder, indem wir weitere Verfahren zur Wärmebehandlung der Stähle kennenlernen werden.